Freunde. Also Freundschaften sind mir wahnsinnig wichtig und zwar nicht nach dem Motto, je mehr, desto besser, sondern wirklich Zeit zu haben, mit wenigen Freunden eine coole Zeit zu erleben, gemeinsam Urlaub zu machen, gemeinsam irgendwie fahrlustige DVD-Abende zu erleben. Ich glaube, das würde ich schon wahnsinnig vermissen, wenn ich einsam unterwegs wäre. Vielen Dank.